Ich bin Matti, Verkaufsberater für Neu- und Gebrauchtwagen für die Marken Seat und Cupra und ich mache das ganze mittlerweile seit zwölf Jahren. In erster Linie bin ich natürlich hier, um Autos zu verkaufen. Damit ist es aber alleine nicht getan. Wir geben auch Probefahrten raus, wir müssen natürlich die Autos auch ausliefern. Also wir sind von vorne bis hinten als Verkaufsberater für den Kunden da. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere administrative Tätigkeiten. Wir fotografieren die Autos, wir sorgen für Ordnung auf dem Platz. Also langweilig wird es als Verkaufsberater definitiv nicht. Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie kommunikativ sind und kunden- und lösungsorientiert arbeiten. Verkaufserfahrung wäre natürlich von Vorteil. Idealerweise haben Sie einfach Spaß am Verkaufen. Das ist das Wichtigste. Sie erwartet eine 37,5 Stunden Arbeitswoche, bei der die Arbeitszeit völlig flexibel eingeteilt werden kann. Sie bekommen ein Festgehalt, zusätzlich natürlich noch Provision und auch Sonderzahlungen. Es gibt eine Gesundheitsprämie und nicht zu verachten, natürlich arbeiten Sie in einem motivierten und sympathischen Team. Wir sind ein fortschrittliches Traditionsunternehmen mit mittlerweile acht Standorten in ganz Sachsen und wir legen Wert auf eine ausgeglichene World-Life-Balance.